Musik Wissen Sie, als ich die Entscheidung traf, mich von meinem Mann zu trennen, weil es keine Gemeinsamkeiten mehr gab, brach für mich eine Welt zusammen. Ich wusste nicht, was mit mir und meinem Kind geschehen soll. Ich hatte richtig Existenzangst. Aber dann wurde ich kompetent beraten. Naja, und heute blicke ich in die neue Zukunft. Und ich weiß, dass ich mir zumindest wirtschaftlich keine Gedanken machen muss und habe neue Aspekte in meinem Leben. Naja, und was die Liebe betrifft, schauen wir mal. Danke. Starke und Rechtsanwälte. Starke und Rechtsanwälte. Starke und Rechtsanwälte. Starke und Rechtsanwälte. Starke und Rechtsanwälte.